hallo und herzlich willkommen hier bei mir auf der ellabach schön dass wir eingeschaltet habt ihr habt entschieden der favorit 824 wird bleiben genau deswegen werden wir jetzt den 28 verkaufen dieser schöner trecker aber sehr sehr anfällig haben wir ja gesehen zwecks leistungsverlust das war zwar jetzt eine kleinigkeit aber überzeugen denn wir haben jetzt einfach easy-cheesy verkaufen wieder schauen und reingehauen bzw gehen man zurück bei der wäne und die miete dann nehmen wir dann auch 24 mit der ist echt nice sagen wir mal am hof rüber freuen dann schauen wir mal was heute ansteht das hohe werden wir wahrscheinlich noch mal wenden können dann silage verkaufen ja schweinestahl wisst ihr schon dass es gibt so wäre ich in der letzten folge gesagt dann müssen wir wahrscheinlich auch mal spulen bzw die eine wiese vielleicht schauen wir mal ob wir die noch düngen können auf dem einen feld das was wir dazu bekommen haben wo jetzt wo wir wiese angesehen haben das wäre auch noch ganz wichtig wir haben eine innenansicht das ist ein bisschen uncool so ja sichtfeld habe ich ein bisschen verstellt jetzt auf 70 grad zwecks innenansicht jetzt im cockpit das macht auf jeden fall viel mehr spaß wenn man die spiegel schön sieht auch wenn es jetzt das vielleicht nicht das beste beispiel ist dafür dann werden wir da neben einem kartoffeln einpacken wir werden sowieso jetzt dann schön langsam stück für stück mal ein paar maschinen rüber bringen zum schweinehof das steht einmal ganz oben auf der liste schauen wir noch bei den kühlen ist ein top versorgt 60 stück kann man schon schweine ja alles gut ja schon eine futter produktion aber jetzt glaube ich mit reingenommen ich hoffe so schauen wir mal außer der alex hat wieder vergessen er hat wieder vergessen ach gott genau die ganzen lager habe ich auch mitgenommen die haben wir ganz gut gefallen muss ich sagen ok so ich werde mir das jetzt aufschreiben da haben wir im besen gekriegt die neuen features ein besen zum reining dass man nicht immer im frontlader den weidemann brauchen schauen wir mal auf der karte wie es mit den mit den dünger zuständen der felder ausschaut müssen wir seine wirkliche genau 47 köpfen eventuell immer mal krass was krasische erntereif ok das können wir nicht mehr düngen schade feld 35 ernten das ist natürlich ganz ein kleines gruppern 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 irgendwie hätte ich bock wieder auf eine mission heute im live stream am freitag haben wir ja schon mal schnell auf der karte das große fällt 21 angesehen und hat ordentlich ordentlich cash in detash gebracht glaubt so 28.000 waren jetzt eine lüge drum wir haben recht zeit sie ist der größte auftrag sind nur kleineren dünnen welt vier dünnen wollen wir das machen wo es fällt 4 mega fällen anscheinend dass da nur mit gps ist das überhaupt kein problem würde sagen hoppala und stecke schnell mehr bei seitenkonsole noch haben wir wieder alles vergessen das wäre jetzt einfach akzeptieren dann habe ich vor dass man den kalkstreuer dem werden wir wahrscheinlich verkaufen wenn wir ein super dünner steuer ein kalkstreuer werden verkaufen und werden so mischstreuer kaufen dafür wenn ich mir dann für beides nutzen das war mir ganz ganz cool ja ich habe eigentlich eh wieder an den an das gute stück gedacht was wir schon mal gehabt haben an den da an die sw 62 40 w ja wer für mich mit breit treffen natürlich trallyeburg ich finde den richtig richtig cool er hat 25.000 liter ja was hat der holmer 17 brauchen wir nicht ja heute gehen wir uns ein wenig ruhig an dann würde ich sagen schnappen wir uns gerne ein 824 füllen wir schnell den düngerstreuer und ein bisschen was ist eh noch drinnen aber und dann müssen wir zu hagel fahren da werden wir schnell rüber düsen dann gehen wir natürlich noch schauen bei den produktionen mein kartoffeln müssen wir auch weiter arbeiten also arbeit wäre genug jetzt nicht falsch verstehen es ist nicht so dass wir nichts zu tun haben aber jetzt füllen wir mal als erstes den düngerstreuer auf das müssen wir sowieso machen weil den brauchen wir wieder und dann überlegen wir uns das haben wir vielleicht wieder eine kartoffelfolge machen könnten wir auch schauen wir wie der preis ist bei den premium kartoffeln dass wir vielleicht einmal verkaufen also die folge mit dem schlauchsystem mit gülle fahren das ist ja richtig genau gekommen aber ich habe mich persönlich sehr gefreut echt also wenn ihr mehr sehen wollt einfach bitte in die kommentare schreiben jetzt habe ich auch natürlich den annenburger die docking station habe ich jetzt mit reingenommen ganz klar die könnte man sich anschauen könnte natürlich einen tank nur irgendwo setzen also das gülle lager dass man realistisch rauspumpen so ich glaube der vordere genau dringer und das wird wieder eine lawine kosten das tut richtig weh 21.000 so was verdienen wir mit der mission 29.000 aber zuerst schauen wir jetzt mal welt 4 ist da irgendwas in der nähe gehen wir besuchen wie hoch dass das getreide schon ja das macht man nicht auf keinen fall da sieht man wieder gar nicht wo man schon war und bla bla da habe ich kann kein bock na so wo ist er sonst gehen wir da mal schnell schauen dann werden wir ein bisschen kartoffeln machen heute mal die folge ist jetzt kommt ganz ganz spontan muss ich ganz ehrlich sagen weil morgen muss ich wieder in die arbeit gehen und da wird also montag damals doch die nehmen das schnee eine folge auf für euch da ist nicht unbedingt was drinnen global market schauen wir noch mal weil es sagt gut bei 6000 was macht man mit 6000 so beide mannen brauche ich drüben weil die kartoffel ist schauen wir ob noch schweinefutter reingeht große nachfrage bei handel allerlei für was für allerlei allerlei habe ich nicht schauen wir schnell bei den schweinen die sind eigentlich komplett voll ja das ccm wäre auch interessant ich habe jetzt einmal schweinefutter zukauft wie gesagt wir werden halt die schweinefutter produktion setzen ob ich schon vorher unbedingt so lassen wir das einfach einmal da waren wir zu den kartoffeln rüber mehr menu sommer genau natürlich jetzt nicht mehr jetzt bleiben am eigenen haufen schweinefutter hängen drübe glas ist schon wieder uncool wie immer aber es ist kein problem wenn wir wegen der außen an sich soweit man jetzt geht es wieder an die kartoffel ist also die die waschanlage müsste eigentlich wohl sein schauen wir mal was mit dem premium kartoffeln ausschaut aber wir könnten jetzt langsam wirklich nachdenken über ein bisschen größeren hoflader wo dass man den beiden anderen bei den schweinen lassen doch wenn den sehr sehr perfekt muss ich sagen schauen wir mal schnell wieder preis ist bei dem premium kartoffeln ist auch gott der ist ja komplett im keller was spielt mir leichter schwer oder wie so am schalten danke normal aber also 591 für kartoffeln premium kartoffeln ist schon extrem wenig da zahlt sich die ganze arbeit nicht aus na gut man muss jetzt sagen wir sind generell im preis ganz 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 weit unten sowas mal trotzdem machen könnten ctml funktioniert nicht ob man ich weiß jetzt nicht ob man den premium kartoffeln beim global market verkaufen können dass man mir einfach nur rein in unimuck einmal füllen das wäre jetzt vielleicht noch interessant so dann wären wir jetzt dann schaut der plan jetzt so aus jetzt zwei hänger werden wir mit silage schnee füllen mit glas weil die silage ist ja rein verkauft die werden wir bei den global market verkaufen und vorne die zugmaschine so da ist er vorne die zugmaschine werden wir dann mit den premium kartoffeln und der mischwagen lassen wir da drinnen gabelspieß da mal ins regal egal genau so das hat jetzt keiner gesehen dass ich wieder durch den falschen silo fahre und überjaufe so irgendwer hat natürlich eine mb truck wieder so super gepackt dann werden wir mal auf die seite stellen werde ich dann noch mal schnell schnell düngen äh wenden so nicht besser sein aber für heute ist genug das reden funktioniert nicht mehr nein spaß alles gut so hinten brauchen wir natürlich das gewicht die große die große gabel oi gabel oder ballengabel die packt da da unten drinnen so ein arme gewicht schaufel liegt eh noch dort da haben wir die 6000 liter schaufel da geht das relativ schnell oder 40 kubik oder knapp 50 eigentlich eher knapp 50 kubik silage und unverstehbar eigentlich dass man dass man das mit einer fuhr weg bringt weil es ja so schwer ist aber wir schaffen das wie gesagt zuckmaschine fahren haben wir bremium kartoffeln rein ich möchte es jetzt wissen das machen wir noch schnell weil wir sind relativ schnell fertig drei schaufeln überall rein genau ja Freunde Strohbergung kommt morgen jetzt wie die Folge 6 ist ja Montag also ich habe schon richtig richtig Bock drauf könnt ihr mir bitte gerne in die Kommentare unten schreiben ob ich euch auch so drauf freue zopperla Dienstag wird es eben auch wie gesagt den Livestream geben dann am Abend gemeinsam mit Vero auf der Ehlerbach werden wir das Strohbergungs Addon im Prinzip in Betrieb nehmen das heißt in Betrieb nehmen ja die Halle bauen und dann das passt da auch relativ gut weil es mit der Ernte los geht können wir dann reagieren nein gefreut mich echt schon wieder wieder was Neues weil mit den Karten schaut es ja momentan relativ schlecht aus die neue Geiselsberg muss ich sagen die freut mich auch ganz gut die habe ich jetzt in den Livestream bei einem Kollegen gesehen die könnte ich mir auch vorstellen beziehungsweise auch der Vero hat mir gerade zuerst gesagt dass er da jetzt auch auf Twitch öfter vertreten sein wird beziehungsweise oder eventuell auch Folgen auf YouTube bringt das weiß ich da nicht da war ein Vero der ist unten verlinkt schaut es gerne vorbei bei mir so jetzt führen wir noch schnell einen zweiten Hänger jetzt geht es Ihnen raus überziehen wir wieder Leichtheit das ist kein Problem ist kein Problem wer kann der kann ja ist halt wieder ein bisschen eine Qua-Qua-Folge heute aber geht auch dazu wir haben irrsinnig viel weitergebracht da im Livestream oder in den zwei Livestreams eigentlich und eine Mission auch noch muss man sagen eine große Mission wo ich glaube ich zwei Stunden dran oder eineinhalb Stunden beschäftigt war mit dem Ansehen aber es hat Spaß gemacht ja ich habe gesagt ich bin jetzt regelmäßig auf Twitch habe ich vor zumindest das war in einer Woche oder in acht Tagen war ich viermal das wird jetzt mehr vertreten sein bei mir ich meine jetzt habe ich natürlich auch für die Videos ein bisschen mehr Zeit aber ich habe euch ja in der letzten Folge gesagt dass ich eigentlich weniger Videos bringen möchte bin ich schon voll oder wie kann ja nicht sein es werden definitiv in Zukunft wenn die ganze Corona-Geschichte wieder vorbei ist weniger Videos kommen auf meinem Kanal schauen wir mal wie es weitergeht es ist einfach sehr sehr schleppend das habe ich auch gewusst es ist halt nicht so einfach wenn man sich das vorstellt aber das war mir absolut bewusst das muss ich ganz ehrlich sagen dass das es gibt mittlerweile schon so viele auch die was was LS wow LS Videos machen absolut okay die klassischen Let's Plays wie ich jetzt mache sind natürlich auch nicht mehr so modern muss man halt auch ganz ehrlich sagen das heißt nicht mehr so modern der LS hat sich halt auch verändert in die Richtung Roleplay was halt weiß ich nicht ich bin ganz ehrlich ich habe noch nichts mit Roleplay gemacht so GTA oder so mehr aber vielleicht ganz interessant weil ich glaube das könnte ich vielleicht so ganz 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 gut dass ich da das mit einer anderen Rollen versetze sage ich mal unter Anführungszeichen ich glaube das wird sogar relativ gut funktionieren ja mal schauen schauen wie es weitergeht ich habe mich jetzt auch umgenannt also umgenannt ja umgenannt im Prinzip auf YouTube und Twitch weil vorher das war einfach ich habe jetzt relativ lange drüber nachgedacht welchen Namen bla 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 ist natürlich auch gar nicht so einfach dass man was findet was ja wo es noch nicht zu viel auf YouTube gibt und auf Pitch frei ist so perfekt das ist voll dann hole ich mir noch schon die Premium Kartoffeln die hauen wir vorn rein schmeißen wir da den Rest wieder in den Silo gehen wir jetzt auch gerne mal in der Innenansicht drüber fahren oh diese Richtung ja so schaut es aus habe ich ein bisschen was von meiner Seele ausgeplaudert im Prinzip ich habe jetzt echt lange drüber nachgedacht ich meine der Banner ist jetzt wir finden relativ cool und zeitlos aber wird wahrscheinlich nicht endgültig das sein mal kurz über lange werde ich mir dann nochmal einen Designer suchen was man das alles zukünftig ein bisschen macht und auch die Logos für die Projekte und bla 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 wird alles kommen man ist vielleicht ein bisschen weit nach vorne geschaut jetzt aber glaube ich trotzdem so rein in die Olga so der ist eh schon voll wie es ausschaut da fahren wir ein bisschen es geht sich aus glaube ich wow ich habe es gewusst so ziehen wir durch ja mein Drehschemel das geht 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 ohne ohne Berührung so also ich habe da jetzt echt vor dass ich mich da richtig rein hänge mache das mit absolutem Herz, Blut und Leidenschaft ja so ist jetzt einmal meine Schilderung in LS Spiele ja wie gesagt schon wirklich sehr sehr lange seit der ersten Generation bin ein leidenschaftlicher YouTube Schauer auf LS genauso wie auf Twitch ja heute haben wir wieder ein bisschen eine längere Folge aber komplett egal und wie gesagt nicht vergessen Dienstagabend am 7. Livestream auf Twitch wer Lust hat kommt es gerne vorbei wäre und ich auf der Ellerbach gemeinsam mit dem Stroh Bergung Stroh Bergungs add-on mal schauen wie wir dreschen wie wir die Halle setzen wenn wir von vorne wirklich komplett wird sicher länger gehen mal schauen vielleicht nehmen wir frei für Mittwoch das ist ja alles gerade momentan relativ easy easy going dass ich ausschlafen kann dann können wir ein wenig länger werken ich habe echt Bock drauf ich juckt schon richtig unter die Fingernägel ja die Folge werde auf jeden Fall rendern müssen weil sonst wird sie viel zu groß sind wir schon bei 21 Minuten aber ich würde es jetzt noch unbedingt probieren das machen wir jetzt noch gemeinsam und dann schauen wir mal Dumpmails werde ich noch machen weil wir zuerst gerade mit dem Vero drei Folgen wird Ellerbach aufgenommen das heißt das ist Folge Nummer eigentlich Folge Nummer 5 weil hinter Kaifeck habe ich heute schon Livestream hat es heute schon gegeben ich habe hinter Kaifeck aufgenommen ich habe drei Folgen Ellerbach aufgenommen und jetzt die Folge auf der Rade also ich war heute mehr als fleißig und für mich wäre es halt so jetzt jetzt nein nicht Silage kann ich nicht anladen hundertprozentig dann kommt nichts so doch nein die Glatz daneben Halleluja Problem habe ich mit der Silage auch schon mal gehabt der hat das daneben abgeladen ich habe es gewusst so dann werde ich mir dann eine Verkaufsstelle Produktion On Point Alex eine Verkaufsstelle mit aufnehmen dass wir ein bisschen mehr verdienen hoffentlich Silage geht zumindest so lassen wir schnell an und verkaufen wir die Silage noch schnell meine Kartoffel ist nämlich wieder mit und in dem Sinne Freunde macht man da noch schnell ein schickes Foto vom Verkaufen in dem Sinne würde ich sagen damit sind wir wieder am Ende unserer Folge angekommen wenn es euch gefallen hat gerne das Daumen nach oben da lassen schaut auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder rein Ciao ciao siehst doch siehst du siehst du Steinko siehst du siehst du siebt